War mir so klar. Okay, was haben wir hier oben? Hier oben noch zwei Stück. Zwei? Ich sehe nur einen. Ach, da drüben ist auch noch einer. Ist ja grausam. Na gut, holen wir erstmal den hier weg. Wenn wir schon hier sind. Ah, lieber auf die andere Seite. Na komm, einer doch. Einer. Da unten sind schon wieder neue Gegner. Na. Wir brauchen auch unbedingt wieder Munition. Ah, hier oben. Sehr schön. Den einen müssen wir gleich haben. Yes! Okay, die gleiche Nummer nochmal hier drüben. Na, können wir hier unten rein? Oh, der sieht er mich doch glatt. Ich glaub's nicht. Na gut, dann bleiben wir hier auf der Seite. Gehen ein bisschen höher und ballern dann hier drauf. Hier treffen wir ihn sehr gut. Hier unten kommen ein paar Gegner. Kein Problem. Gleich mal weggeholt und... Bam! Wir brauchen Munition. Komm, 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 komm. Okay, keine Munition mehr. Wir gucken mal, dass wir hier runterkommen. Na, jetzt geht der auch noch hier auf mich drauf. Munition. Okay, hier keine. Jede Menge Gegner. Dann düsen wir mal hier runter. Da hatten wir auf jeden Fall noch irgendwo Munition. Munition. Na komm, hier drüben doch irgendwo. Na, Moment, dann gehen wir nochmal hier hin. Irgendwo muss hier doch noch ein bisschen Muni sein. Ja, hier drüben. Alles klar. Lebensenergie wäre auch noch ganz nett. Na, Munition, da drüben. Lebensenergie, sehr schön. Alles klar, wir sind wieder fit und wir gehen wieder drauf. Yes! Na also, geht doch. Einer noch. Und da drüben noch der kleine Mann. Ich denke mal, wir sind fertig. Wieder hier zum Hebel. Brawl! Ich bin auf der Leber. Bereit, deine Schäden! Der zweite Schäden ist verabschiedet. Lass uns diesen Bruch runterbringen. Es kommt! Ja, ja, die Brücke ist noch echte Markenqualität. Also, die Mitte also auch noch. Gott, was müssen wir nicht alles machen. Oh, 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 okay. Okay. Das nenne ich mal... Wow, 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 wow. Warum machst du das immer wieder? Kein Bock mehr, ha? Okay, die beiden hätten wir. Also, wir müssen rein. Oh, bitte, lasst uns Brawl spielen. Das wär sowas von cool. Na, wie kommt man denn hier rein? Ah, hier drüben. Ah, great. It's spooky dark down here. Are you afraid of the dark? Well, it does make it hard to see. Vortex Brawl! Shut it! We need that bridge offline. Now! Na? 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 Treffen wir nicht? Okay. Die Waffe ist absoluter Müll. Was haben wir hier? Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Und wir bekommen hier... Alles klar. Eine Barriere. Naja, okay. Kann man mit Leben. Und hier? Was bekommen wir hier? Nochmal eine. Ah, okay. Nette kleine Spielerei. Ähm, dann gehen wir mal hier unten weiter. Oh, wieder Granaten. Ihr immer mit euren Granaten. Mist, 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 Mist. Mist. Boah, die Gegner hauen hier rein. Na komm, gib mir Energie. Also einfach reinrennen geht hier bei Transformers schon mal gar nicht. Ein Lebenspunkt. Irgendwo hatten wir doch noch so einen Würfel. Wahrscheinlich oben. Und oben kommen wir gar nicht mehr hin. Super. Genau so mag ich das. Jeder Treffer könnte jetzt mein letzter sein. Also das ganze Heilungssystem haben sie wirklich stark von Halo übernommen. Mit dem Schild und der Lebensenergie eben. Na, 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 na. Na, 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 na. Wo bin ich? All right. I'm inside the lower part of the bridge. What am I looking for? The final support. It should look like the ones you already destroyed. Lebensenergie. Combaticon, vortex identify. Moment. Reparatur. Genau. Das will ich. Und sonst? Die Schleimkanone. Nein, danke. Wir nehmen hier mal den Thermo wieder mit. Und was hätten wir hier? Jetzt gerade haben wir doch meine Lieblingswaffe mit dabei. Den können wir aber hier noch gar nicht auswählen. Brauchen wir wohl einen Bauplan für? Was hätten wir hier? Nehmen wir doch noch so eine Drohne mit. Alles klar. Sturmkanone, genau die Waffe. Die ist wirklich die beste. Aber die haben wir noch gar nicht zur Auswahl. Leider. Weil da braucht man einen Treffer und jeder geht in den Platz. Moment hier unten. Audio lock. Das war's. Das war's. Ich bin ja schon dabei. Bleib cremig. Was haben wir hier? Oh, oh, neue Gegner. Bam! Ich bin hier, Freunde. Also wie gesagt, die Waffe hier ist wirklich die beste Primärwaffe, die man kriegen kann. Erstmal hier in Deckung. Synchron sterben, sehr schön. Und wir holen uns hier mal die Drohne. Kann ja mal hier so ein bisschen rumfliegen und Autobots zerlegen. Munition sowie Lebensenergie können wir gebrauchen. Wo müssen wir hin? Da drüben, alles klar. Erstmal hier die Splitter. Hier drüben hätten wir Munition. Nehmen wir mit. Natürlich. Und wir wetzen mal hier hin. Hier hätten wir Heilung. Schauen wir erstmal, dass wir die hier wegbekommen. Einmal zack. Und der nächste hier drüben. Na, 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 na. So nicht. Okay, wir nehmen hier mal die Heilung. Munition liegt auch noch nebendran. Sehr schön. Wieder ein Hebel. Boah, verdammt. Großer Junge hier. Und wir können nicht transformieren. Das heißt also, wir müssen es so machen. Na, komm. Deckung, Deckung, Deckung. Okay, Thermoraketen. Der hat gesessen. Yes. Bin ja dabei. Oh, 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 oh. Wer bist du? Wer bist du? Ich brauche Lebensenergie. Ich brauche unbedingt Lebensenergie. Hier drüben gibt es Lebensenergie. Da rennen wir mal hin. Na, was hat er denn hier? Irgendwelche Reparaturdrohnen oder so. Mann, du bist ja ein großer Junge. Na, komm. Den hätten wir. Sehr schön. Munition, Energie und sogar nochmal Munition. Ich dachte schon, Audio-Log. Wäre natürlich auch ganz nett. Gut, was müssen wir hier machen? Na, erstmal noch hier den Kleinen wegholen. Hey, der will wohl nicht. Wo bist du denn, mein Freund? Na, komm her. Na, komm her zum Onkel Vortex. Einfach reinballern. Ne, hier drüben. Sprengsatz hin. Sprengsatz hin. Einmal hier drüben durch. Wow, die Dinger machen Damage. Wenig Zeit, wenig Zeit. Überall krach. Autsch. Wow. Verbrannt. Na, komm, na, komm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017